Ursula von Gerstdorf war eine deutsche Militärhistorikerin, die als Schriftleiterin am Militärgeschichtlichen Forschung samt wirkte. Leben Ursula Wetzold wurde 1910 als Tochter des Kunsthistorikers Wilhelm Wetzold, Generaldirektor der Preußischen Staatlichen Museen, geboren. Sie war ab 1937 mit dem Diplom-Landwirt Wolfgang Graf Fitztum von Eckstedt, Sohn des sächsischen Staatsministers Christoph Johann Friedrich Fitztum von Eckstedt, verheiratet. Aus der Ehe gingen Christoph, Stephan und Wolfgang hervor. Sie studierte U.A. beim Militärhistoriker Walter Elze in Berlin und wurde 1937 an der Georg-August-Universität Göttingen mit der Dissertation Preußische Offiziere. Im geistigen Leben des 18. Jahrhunderts zum Dr. Phil, promoviert. Danach war sie als Referentin im Reichskriegsministerium in Berlin tätig und gemeinsam mit dem Wehrpsychologen beim Oberkommando der Wehrmacht. Felix Scherke, Autorin des Werkes Bibliografie der geistigen Kriegsführung. 1941 war sie erbindes Fitztum von Eckstedt-Schlosses in Tiefhalbmannsdorf. 1947 wurde sie aus ihrer schlesischen Heimat vertrieben. Nachdem ihr erster Mann an der Ostfront gefallen war, heiratete sie 1949 Rudolf von Gersdorf, vormals Landesältester und Stiftsamtmann des Stiftes Fischbeck. Aus der zweiten Ehe gingen Ulrike und Annette hervor. Von 1958 bis 1977 war von Gersdorf als Historikerin und Schriftleiterin am Militärgeschichtlichen Forschung samt in Freiburg im Breisgau tätig. Ihre organisationsgeschichtlichen Forschungen zu Frauen im Kriegsdienst gelten als wegbereitend und sehr umfassend. Sie fanden größere Beachtung in Publizistik und Geschichtswissenschaft. Die Historikerin Nicole Kramer strich heraus, das von Gersdorf Spionierstudie noch vor dem Einsetzen der Frauen- und Geschlechterforschung erschien. Sie wird bisweilen als Standardwerk bezeichnet, auch ihr Sammelbandgeschichte und Militärgeschichte. Wege der Forschung an dem U.A. Johann Christoph Almeierbeck, Werner Halwig, Andreas Hillgruber, Hans Ulrich Wähler und Rainer Wohlfeil beteiligt waren, wurde positiv zur Kenntnis genommen. Sie war Mitherausgeberin der Schriftenreihe Bibliotheca Rerum Militarium und veröffentlichte darüber hinaus Beiträge in Serien bzw. Fachzeitschriften wie militärgeschichtliche Mitteilungen, wehrwissenschaftliche Rundschau, fransche und Jahresbibliografie der Bibliothek für Zeitgeschichte. Von Gersdorf wurde auf dem Friedhof Keitschim auf der Insel Sylt im Landkreis Nordfriesland beigesetzt. Nach dem Politikwissenschaftler und Klausewitz-Forscher Andreas Herberg-Rote hatte sie sich beim MGFA intensiv um die Grundlegung einer modernen Militärgeschichtswissenschaft bzw. deren Orientierung an der allgemeinen Geschichtswissenschaft bemüht. Schriften Preußische Offiziere im geistigen Leben des 18. Jahrhunderts Akademischer Verlag Halle 1937 Bibliografie der geistigen Kriegsführung mit einem Geleitwort von Friedrich von Kochenhausen, Bernhard und M. Gräfe, Berlin 1938, Hans Mayer-Welker, Offiziere im Bild von Dokumenten aus drei Jahrhunderten, DVA, Stuttgart 1964, Entscheidung 1866, Der Krieg zwischen Österreich und Preußen, Militärgeschichtliches Forschung samt DVA, Stuttgart 1966, Stellenbesetzung im Reich Schia, vom 16. Mai 1920 1. Oktober 1920 1. Oktober 1921 Bibliografie aus Nahrbrück 1968 Walter Elze, das deutsche Heer von 1914 Bibliografie aus Nahrbrück 1968 Frauen im Kriegsdienst 1914 bis 1945 DVA, Stuttgart 1969 Max Jens Militärgeschichtliche Aufsätze Neudruck der Veröffentlichungen von 1816 bis 1903 Bibliografie aus Nahrbrück 1970 ISBN 3-7648-0160-3 Entscheidung 1870 Der deutsch-französische Krieg Militärgeschichtliches Forschung samt DVA, Stuttgart 1970 Gerhard von Scharnhorst Nutzen der militärischen Geschichte Ursache ihres Mangels Ein Fragment aus dem Scharnhorst-Nachlass Faxmail der Handschrift Bibliophallat Osnabrück 1973 ISBN 3-7648-09337 Geschichte und Militärgeschichte Wege der Forschung Mit Unterstützung des militärgeschichtlichen Forschungsamtes Bernhard und M. Gräfe Frankfurt am Main 1974 ISBN 3-7637-5131-9 Gerhard von Scharnhorst ausgewählte Schriften Bibliophallat Osnabrück 1983 ISBN 3-7648-12737